Hallo liebe Zuschauer, kennen Sie das auch? Überall liegen diese Leckereien, diese Knabbereien. Und am liebsten möchte man immer zugreifen. Aber dann hat man das Problem, es sammelt sich Hüftgold an. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich immer eine schöne Figur haben. Und was kann man da machen? Bewegung ist das A und O. Und natürlich hat man nicht immer ein Profigerät daheim. Häufig muss man ja in Fitnessstudios hinfahren und muss viel Benzinkosten verschleudern, verliert viel Zeit. Aber jetzt haben wir hier im Studio bei uns ein richtig tolles Profigerät, liebe Zuschauer. Wir haben sogar gleich zwei an der Zahl. Deswegen nehmen Sie sich einen Zettel und einen Stift zur Hand. Und der Walter ist hier mit an Bord. Und auch die Isabel, die amtierende Miss Germany. Ja, da habe ich mich doch tatsächlich... Man sagt ja immer, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Das nutzt aber alles nichts, wenn man sich nicht bewegt. Ich bin ja nun ein Sportmuffel, muss ich auch sagen. Und ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin gerne faul. Und da gibt es ja viele, die gerne faul sind. Man muss nicht unbedingt Hochleistungssport machen, um eben fit zu bleiben oder um Spaß zu haben und sich selber motivieren. Ist doch so, Isabel, ne? Richtig, genau so ist es. Und vor allen Dingen haben die meisten Menschen unter Ihnen wahrscheinlich immer diesen inneren Schweinehund. Und man nimmt sich jedes Mal vor, nächste Woche fange ich an, regelmäßig ins Fitnessstudio zu fahren. Und irgendwie kommt doch immer irgendetwas dazwischen. Und genau dafür haben wir jetzt dieses wunderschöne Laufbahn. Und der Walter ist ja auch schon drauf. Und wie fühlt sich das an? Ja, ich sage ja, man muss dabei atmen können, können nicht aus der Puste gehen. Und das ist halt wichtig. Kein Hochleistungssport für mich, bitte schön. Aber trotzdem finde ich das hervorragend, weil ich muss nicht raus bei Wind und Wetter. Ich kann laufen, wann ich will. Ich kann nackt laufen. Ich kann beim Fernsehen laufen. Ich kann dabei Wasser trinken. Ich kann dabei telefonieren. Und wenn ich will, kann ich sogar ein Buch dabei lesen. Und deshalb muss das ja nicht schnell gehen. Das kann auch langsam gehen. Also keine Angst vor diesen Sachen, wenn Sie sagen, oh nein, ich will kein Laufband, furchtbar. Ja, es ist überhaupt nicht schwer, meine Damen und Herren. Und hier kommen Sie tatsächlich nicht außer Atem. Absolut richtig. Denn es ist wichtig, langsame Bewegungen zu machen. Dann funktioniert auch das Herz-Kreislauf-System viel besser. Und liebe Zuschauer, jeden Tag ein paar Minuten aufs Laufband sich schwingen, tut der Gesundheit richtig gut. Das ist Balsam für die Seele. Und das schüttet auch Serotonin aus, also sprich Glückshormone. Und Sie fühlen sich gleich pudelwohl. Und Sie dürfen natürlich auch mal naschen. Das gehört auch dazu. Ich sehe gerade, der Walter bewegt sich jetzt gerade auf dem Laufband und auf dem rutschfesten Band. Ganz wichtig. Das heißt, man hat einen richtig schönen festen Halt. Merkst du das? Ja. Das ist klasse. Und du hast auch noch eine Leine. Das heißt, du läufst jetzt hier gerade auch unter besten Sicherheitsbedingungen. Ja, das heißt nämlich, wenn ich wirklich mal abrutschen sollte, bumms, dann hört es von ganz alleine auf. Und das kommt hier durch den roten Faden. Richtig, durch den roten Faden. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, bei diesem hochwertigen Laufband, da hat man nicht nur Spaß zu Hause, sondern man tut auch noch etwas Gutes für die Gelenke. Denn man kann natürlich draußen joggen, aber auf dem Asphalt und sogar auf diesen Hoch- und Abwegen im Wald, da ist es natürlich nicht ganz so gut für die Gelenke. Und dafür haben wir dieses Laufband, das ist wirklich sehr gelenkschonend. Es hat eine richtig schöne Federung mit drin. Und da tut es den Knien und dem Rücken auch nicht ganz so weh. Ja, also ich brauche mich noch nicht mal festzuhalten. Das geht einfach so. Und das können Sie nach Lust und Laune machen. Wenn Sie sagen, ich laufe jetzt mal fünf Minuten, ist das in Ordnung. Das Gerät kann man wunderbar zusammenklappen und dann so hinter den Schrank oder so einfach platzsparend unterbringen. Das ist nämlich auch sehr schön, gerade das platzsparende, dass wenn man gerade trainiert hat und man möchte das wegtun und hat vielleicht vor, Gäste zu empfangen, dann ist es in Nullkomman nichts zusammengeklappt und schon können Sie weiter Sport machen. Jetzt macht der weiter das Ganze rückwärts, liebe Zuschauer. Von hinten hat es sich umgedreht. Da verbrennt man sogar doppelt so viele Kalorien. Ja, weil man umdenken muss. Weil ich gehe bergab sozusagen. Ja, das stimmt. Das Schöne ist, wir haben hier auch ein übersichtliches LCD-Display, wo wir uns verschiedene Programme anzeigen lassen können. Unter anderem die Geschwindigkeit. Da können wir hier auch über Mode, über die Taste, durch die ganzen Menüs durchscrollen. Dann können wir uns die Zeit anzeigen lassen. Du bist jetzt schon eine Minute und neun Sekunden auf dem Laufband. Ich merke überhaupt nichts. Also keine Anstrengung, gar nichts. Ja, das ist auch gut so. Die will ich auch gar nicht haben, die Anstrengung. Und darum geht es ja auch gerade. Viele, nicht nur ältere Menschen, sondern auch gerade junge Menschen, verlieren eben an Konditionen. Und das merkt man eben auch im Alltag. Selbst wenn es darum geht, einfach in die Wohnung, ins Treppenhaus, die Treppe zu laufen, da sind viele schon ganz schön aus der Puste, wenn sie oben ankommen. Und wie der Walter das schon gesagt hat, man braucht ja keinen Hochleistungssport betreiben, sondern es geht einfach darum, viel, viel einfacher auch durch den Alltag zu kommen. Upsala. Und das Schöne ist, die Trainingszeit können Sie variieren, wie Sie möchten. Sie können natürlich auch die Geschwindigkeit noch erhöhen, wenn Sie möchten. Das heißt, wir würden jetzt hier mal auf Plus gehen, dann sehen Sie 1,1. Das ist immer Kilometer pro Stunde, die angezeigt wird. Und wenn Sie sagen, ich möchte jetzt mal gerne wissen, wie viele Kalorien wir schon verbrannt haben, da sind wir jetzt bei 2,4. Und das sind ja auch nur wenige Minuten, wo du jetzt hier drauf stehst, lieber Walter. Und wenn man das jeden Tag 10 Minuten macht, dann geht es einem richtig klasse. Du hast es gerade erwähnt mit den Treppensteigen. Aber auch wenn Sie sagen, Sie möchten mal eine Wanderung machen oder einen Spaziergang oder Skifahren, da muss man sich ja auch vorbereiten, ein bisschen Konditionen aufbauen. Und da ist so ein Laufband genau das Richtige, was in Ihre vier Wände gehört. Das ist Ihr Profitrainer. Und die ganze Familie kann sich draufstellen. Richtig. Also was ich toll finde, ich komme ein Licht außer Atem. Das ist eine tolle Erfahrung, Das können wir gleich ändern. Ja. Ja, wollen wir aber nicht ändern. Und das sollte sich jeder holen, ob jung oder reif, meine Damen und Herren. Sie werden Spaß haben. Der Spaß kommt einfach zurück. Ich bin jetzt bei 2,3. Ja, 2,3 Kilometer pro Stunde. Das ist natürlich allerhand. Aber wir haben natürlich jetzt auch noch mal angezeigt bekommen, jetzt hier sehen wir die Bestellnummers, die NC 5442 und die 569. Und wir haben natürlich noch ein weiteres Laufband, liebe Zuschauer, im Angebot. Das ist natürlich ein Profigerät, was noch viel mehr Wünsche erfüllt als das andere. Und man kann das auch schon gleich von Anfang an beobachten, wenn das jetzt gleich eingeblendet wird, liebe Zuschauer. Es wird Sie wirklich vom Hock gehauen. Was hier alles möglich ist, ist unfassbar. Hier sehen wir es noch mal, das Laufband, liebe Zuschauer. Und zwar die Bestellnummer war NC 5442 und die 569. Denken Sie dran, man muss nicht raus. Man kann es bequem zu Hause machen, wann man will, wie lange man will. Man hat, ich sage mal, man muss nicht in die Muckibude, um sich da wirklich fit zu halten, wenn Sie das nicht möchten. Also es gibt ja viele Menschen, die sind so wie ich, einfach faul und machen nicht gerne Sport. Aber das hilft auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zu dem Rolls-Royce unter den Laufbändern. Wir haben hier das nächste Laufband, auch wieder für zu Hause. Und Sie sehen, es ist so sehr platzsparend zum Wegstellen. Aber ich kann da ganz, ganz einfach an einer kleinen Bewegung gegentreten. Und dann fährt es ganz, ganz langsam und wunderschön runter. Und hier haben wir eben den Vorteil, wir haben noch ein paar mehr Einstellungen. Wir können ein bisschen mehr Gas geben. Wir haben noch weitere Funktionen. Und das werden wir Ihnen gleich im Laufe der Sendung noch erklären. So, dann würde ich sagen, die Janna geht jetzt mal drauf. Genau, das machen wir, liebe Zuschauer. Ich springe jetzt hier mal drauf. Aber ich nehme natürlich als erstes auch das Sicherheitsknöpfchen. Und wir sehen auch, dass dieses Laufband über tolle Rollen verfügt. Das heißt, man kann es hinschieben, wo man gerne möchte. Ich drücke jetzt ganz einfach auf den Startknopf. Und dann geht das in wenigen Sekunden los. Und ich bin jetzt mal ein bisschen leiser, denn ich werde jetzt ein bisschen Vollgas geben. Ja, wir haben hier noch den Vorteil, was eine weitere Funktion ist an den Griffen. Ich weiß nicht, wenn du das siehst, da haben wir Sensoren dran für den Puls. Das heißt, wenn du die ganze Zeit an die Sensoren fasst, dann kann man den Puls hier auf dem Display sehen. Und das ist natürlich auch sehr, sehr gut zur Kontrolle, denn der Puls sollte natürlich nicht zu hoch oder aber auch nicht zu niedrig bleiben. Und das haben wir hier natürlich auch noch mit dabei. Das ist ein Premium-Laufband mit 15 Steigerungsgraden, meine Damen und Herren. Aber auch für mich ist das genau das Richtige, wenn ich spazieren gehen will. Mich sieht keiner. Ich kann das ganz für mich alleine machen, wie ich das gerne möchte. Ich kann so lange, wie ich will, draufgehen. Ich muss keinen Parkplatz suchen. Ich bin hygienisch sauber. Ich kann danach einfach in meine eigene Dusche. Genau. Das ist wunderbar und das fühlt sich so klasse an. Das federt so. Ich merke, meine Gelenke werden richtig geschont, liebe Zuschauer. Das ist wichtig, denn viele laufen ja auf der Straße oder im Bürgersteig. Das ist überhaupt nicht gut. Der Boden muss nachgeben. Das ist wichtig für die Gelenke. Ich kann da ein Lied von singen. Und weißt du, wie man das Ganze noch steigern kann, damit du deine Muskulatur noch ein bisschen mehr beanspruchst? Wenn du mal wirklich Gas geben willst, dann haben wir hier ein Knöpfchen. Damit kannst du das Laufband nach oben fahren lassen. Ui, ui, ui. Jetzt steigen wir auch noch den Berg hoch. Jetzt läufst du genau. Du läufst quasi den Berg nach oben. Und damit hast du natürlich die Muskulatur noch ein bisschen mehr beansprucht. Das merke ich hier in den Oberschenkeln. Das ist ja richtig klasse. Wir geben Ihnen bei diesem Premium-Produkt, bei dem Rolls-Royce unter den Laufbändern, 50% Nachlass. Sie sparen über 400 Euro und zahlen nicht mal 400 Euro. Da müssen Sie zuschlagen, so lange, wie es geht, meine Damen und Herren. Da ist ja noch viel mehr dabei. Da sind Stereo-Lautsprecher dabei und was nicht alle. Kommen wir gleich zu. Handeln sind dabei und, und, und. Genau. Und was natürlich auch mit das Allerschönste ist, was ich immer persönlich sehr, sehr schön finde, man kann danach in die eigene Dusche zu Hause gehen. Man muss nicht in die große gemeinsame Dusche im Fitnessstudio gehen, sondern man kann ganz einfach bei sich zu Hause in die Dusche gehen. Sag ich doch. Genau. Und was auch noch schön ist, ich könnte ja Sport nicht machen ohne Musik. Ja. Das ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Geht Ihnen das auch so, liebe Zuschauer? Mir geht das auf jeden Fall so. Mir auch. Und das macht einfach mehr Spaß. Und wir haben auch noch einen Aux-Anschluss. Hui, ich bin richtig aus der Puste. Komm, ich löse dich mal ab. Das geht ans Eingemachte, liebe Zuschauer. Aber dann können Sie auch über die Lautsprecher, die hier an den Seiten funktionieren, einfach Musik genießen. Genau. Und das motiviert natürlich ordentlich. Man kann schön im Takt laufen. Sie können Ihren eigenen MP3-Player oder Smartphone anschließen. Und dann kommt da richtig schön aus den eingebauten Boxen Musik raus. Was wir auch noch mit dabei haben, da fallen wir nicht um, was wir auch noch mit dabei haben, ist eine Ablage für Ihre Getränkefächer. Das heißt, wenn Sie eine Getränkeflasche dabei haben, dann können Sie das ganz einfach an der Seite ablegen. Ja. Ich lege jetzt erst mal meine Manuskripte ab. Gib mir das doch. Nee, ich lege die ab. Okay, super. Außerdem können Sie natürlich auch noch, wenn Sie nicht nur Musik hören möchten, sondern auch etwas lesen möchten, haben Sie hier oben noch eine Ablagefläche für Bücher, Zeitschriften oder auch Ihr Handtuch, was Sie hier rüberhängen können. Und das ist natürlich schon praktisch, was man hier alles mit aufs Laufband und am Mann haben kann. So, und jetzt geben wir dem Walter auch noch kleine Gewichte dazu. Ja. Damit das auch noch in den Armen bisschen... Das ist ein Kilo? Ja, ein Kilo. Und hier haben wir noch ein Kilo. Das ist im Vergleich bei zwei. Das kannst du schön aufteilen. Und wenn du jetzt noch die Arme dazu bewegst, du kannst natürlich auch über den Kopf, aber du kannst auch ganz normal laufen, das macht natürlich noch mehr Spaß. Und der Oberkörper wird auch noch mittrainiert. Das heißt, du wirst von Kopf bis Fuß fit wie ein Turnschuh. Ja, bin ich ja schon. Bin ich ja schon. Genau, richtig. Und das ist also ein Profigerät, liebe Zuschauer. Und das kostet wirklich nur ein Bruchteil an Geld, was man normalerweise für Laufbänder in dieser Kategorie bezahlt. Das möchte ich hier gar nicht aussprechen. Aber wir sind wirklich die Günstigsten. Sie können auch gerne im Internet vergleichen. Und wir sagen Ihnen auch mal die Bestellnummer für dieses Wunderwerk. Hier ist die NC 5585 und die 569. Super. Das Schöne ist natürlich, Gelenkschuhen können Sie hier trainieren. Und die Gewichte sind dabei. Weil Sie haben alles, was Sie brauchen. Aber nach einem anstrengenden Workout kommt natürlich noch was dazu. Isabel, was brauchen wir nach einem anstrengenden Workout? Also ich brauche nach einem anstrengenden Workout eine schöne Massage beziehungsweise ein durchblutenförderndes Massageband. Und das haben wir hier auch mit dabei, liebe Zuschauer. Das ist wirklich wunderschön. Und ich habe es selber auch gestern schon ausprobieren dürfen. Und ich weiß nicht, John, möchtest du das gerne mal ausprobieren? Soll ich dich mal anbinden? Ja, ich versuche das jetzt hier gerade mal. Genau, da haben wir eben eine Rüttelmaschine sozusagen. Es rüttelt einen ordentlich durch. Das fördert die Durchblutung. Es regt den Stoffwechsel an. Und es entspannt einfach auch mal die Muskulatur. Und das ist wirklich wunderschön. Es ist wunderbar, meine Damen und Herren. Gerade wenn Sie, ich sage mal, ein Essen gehabt haben. Oder wenn Sie sagen, ich muss mich jetzt mal wieder bewegen. Dann einfach mal drauf aufs Laufband. Und es ist ja wetterunabhängig, können Sie machen, solange Sie wollen und so oft Sie wollen. Und es wird Ihnen Spaß machen, denn selbst mir macht das Spaß. Ich bin ja so einer, ich laufe gerne, aber langsam. Und ich fahre auch gerne mal Fahrrad. Aber das ist ja etwas, da habe ich überhaupt keine Mühe. Wenn ich den zu Hause stehen habe, kann ich jederzeit machen, was ich will. Auch die Massagen. Schau mal, wie lang dieses Band ist. Das ist ja unglaublich. Darf ich das mal kurz geben? Und hier sind auch noch Noppen, liebe Zuschauer. Und die sorgen dafür, dass Ihre Durchblutung richtig schön gefördert wird. Gerade da, wo die Problemzonen sitzen. Zellulite, Bindegewebschwäche. Gerade bei uns Frauen ist die Rollen- und Bandmassage genau das Richtige. Da können Sie gezielt ansetzen. Und die Orangenhaut verabschiedet sich. So muss das sein. Und so kann man sich hier einfach einloggen oder einklinken. Und schon drückt man auf den An- und Ausknopf, also auf den Anknopf. Und es geht los. Sie können das am Gesäß massieren lassen, aber auch an den Oberschenkeln, im Bauchbereich, wo Sie gerne möchten. Genau, das ist wirklich wunderschön. Und vor allen Dingen, du kannst es auch benutzen, wenn du nur ein Bein reinstellst. Dann hast du eben die Oberschenkelinnenseite. Und das ist ja auch eine Problemzone von vielen Frauen. Und man kann sich wirklich richtig schön gegenlehnen. Denn das Laufband ist natürlich als Gegengewicht da. Und das ist wirklich sehr schön entspannt. Wie fühlt es sich an? Es fühlt sich sensationell an. Dir rutscht die Hose? Dir rutscht die Hose. Ja, weil du so viel Sport machst hier bei PairTV. Das ist unglaublich. Da wird man richtig motiviert. Jeden Tag haben wir hier unsere Sportsendung. Und wir können gemeinsam jeden Tag hier aktiv sein, liebe Zuschauer. Wenn Sie sagen, Sie bestellen sich so ein tolles Profilaufband oder auch das andere, je nachdem, was Sie gerne haben möchten. Und dann sagen Sie, wir schalten ein. Und schon können wir das gemeinsam durchführen. Aber das ist ja noch nicht alles. Wir haben noch eine Funktion dabei bei diesem wunderschönen Laufband. Also ich fasse noch einmal zusammen. Wir haben das Laufband mit Steigung und mit Gewichtsverstellung. Wir haben die Hanteln mit dabei. Und wir haben das Massagegerät beziehungsweise die durchblütungsförderen Bänder dabei. Jetzt haben wir auch noch etwas für den Bauch dabei, damit wir die Muskulatur am Bauch wunderschön trainieren können. Und die Janna hat sich auch schon auf dem Boden platziert. Und man kann, wie man sieht, die Füße direkt hier hinter klemmen. Und dann haben wir eine schöne Sit-Up-Bank mit dabei. Eine was? Eine Sit-Up-Bank. Was ist denn das? Das musst du mal erklären. Das sind Sit-Ups. Sit-Ups ist das, was Janna gerade macht. Und da kann man wunderschöne Bauchübungen dran machen. Also hoch und runter sitzen. Genau. Ausatmen, wenn Sie oben ankommen. Das ist nämlich anstrengend. Das geht ans Eingemachte. Aber es tut richtig gut und macht Spaß. Wie ist die Luft da oben weiter? Ah, super. Ich kann gar nicht mehr aufhören. Jetzt werde ich langsam süchtig. Aber Ihnen wird es genauso gehen, meine Damen und Herren. Wenn Sie meinen, dass das irgendwie zu anstrengend ist, das ist überhaupt nicht anstrengend. Also es ist wirklich null. Auch diese Kilos, die ich hier trage. Und das sind ja Kleinigkeiten, die ich hier mache. Die tun es aber trotzdem, weil der Stoffwechsel erhöht wird. Und Sie werden danach, was weiß ich, ein Glas Wasser trinken und sich viel, viel besser fühlen. Gehen Sie da mal ans Fenster. Mal Sauerstoff ein- und ausatmen. Und dann wieder drauf aufs Laufband, wann Sie wollen. Da ist ja das Schöne dabei. Also deshalb muss man keine Hochleistung machen wie die jungen Leute. Genau, das stimmt. Sondern man kann das auch so machen wie ich. Genau. Es läuft schon eine Viertelstunde schon, ne? Ja, es ist schon eine Viertelstunde rum. Und was auch noch wunderschön ist, Sie haben hier ein Gerät bei sich zu Hause. Das heißt, es guckt Ihnen keiner zu. Und Sie müssen sich auch nicht anstellen. Das ist natürlich im Fitnessstudio schon öfter der Fall. Da gucken die anderen ein bisschen. Und dann ist einem das manchmal ein bisschen unangenehm. Hier hat man seine Ruhe. Man hat Musik. Man hat den Fernseher dabei, wenn man möchte. Und es guckt einem einfach keiner zu. Absolut richtig. Das heißt, Sie sind ganz für sich alleine. Sie können auch im Pyjama aufs Laufband steigen. Oder nackt, wie ich gesagt habe. Genau, oder so. Das können Sie handhaben, wie Sie gerne möchten. Und Sie haben sogar noch Platz für Ihre Fläschchen. Also sprich, wenn Sie zwischendurch was trinken wollen, ist übrigens ganz wichtig, weil Sie verbrennen ja viel Energie. Und die Flüssigkeit wird ja auch dadurch, dass Sie schwitzen, abgegeben. Deswegen viel Flüssigkeit zuführen. Also ein bis zwei Liter am Tag ist sehr wichtig. Und da haben Sie hier auch zwei Aussparungen, wo Sie eine Flasche positionieren können bei unserem schicken Profi-Laufband. Und wenn Sie sagen, Sie wollen noch ein Büchlein lesen, dann können Sie die einfach hier oben auf die Ablage setzen. Und dann können Sie auch Noten drauflegen. Genau. Ich nenne Ihnen noch einmal die Bestellnummer für dieses wunderschöne große Laufband. Das ist die NC5585 und die 569 am Ende. Das ist übrigens ein Laufband, was bei uns ein Renner ist. Ja. Das ist tatsächlich so, meine Damen und Herren. Denn es wird gekauft wie verrückt. Aber wir haben wieder neue da, ganz frisch. Holen Sie sich schnell eins nach Hause. Oder Sie verschenken es vielleicht. Und Sie werden mir Recht geben und sagen, man kommt gar nicht ins Schwitzen. Und man kann ja aufhören, wann man möchte. Das ist ja das Schöne dabei. Und, meine Damen und Herren, nach Lust und Laune. Auch das ist wichtig. Einfach, wenn Sie Lust haben, mal draufgehen. Und wenn Sie keine Lust haben, dann lassen Sie es einfach stehen. Sie haben ja gesehen, man kann das zusammenklappen. Man kann bergauf laufen. Man kann auch gerade laufen, wie man das gerne hätte. Absolut ist auch klasse, dass Sie verschiedene Programme haben. Also insgesamt sind es zwölf an der Zahl. Das heißt, Sie können jeden Tag theoretisch ein neues Workout ausprobieren. Sie haben 15 verschiedene Steigungsgrade und 5 Beschleunigungsintervalle. Das heißt, es ist für jeden, was dabei. Ob Sie Anfänger sind, ob Sie von Sport gar keine Ahnung haben. Das macht überhaupt nichts aus. Denn Sie brauchen nur den Startknopf drücken und schon geht es los. Ahnung habe ich schon vom Sport. Aber machen tue ich Ihnen nicht gerne. Aber hier bin ich gerne drauf. Das macht mir Spaß. Ja, das ist auch schön. Damit wollten wir auch nur sagen, dass jeder sich dieses Gerät bestellen kann, ohne die Anleitung zu studieren. Denn Isabel, machst du auch regelmäßig Sport? Ja, das Schöne ist... Aber nur in High Heels. Nein, wenn, dann auch in Sportschuhen. Aber das Schöne ist, ich habe den direkten Vergleich. Denn ich habe im Fitnessstudio eine lange Zeit gearbeitet. Und ich kann wirklich sagen, das Gerät ist qualitativ sehr mit denen aus den Fitnessstudios zu vergleichen. Wenn nicht sogar noch ein bisschen besser. Denn wir haben wirklich, wie Sie sehen, eine richtig schöne Federung mit drin. Sodass das wirklich sehr, sehr gelenkschonend ist. Das tut gut, ja. Und das tut wirklich gut, ja. Gut, ich hatte ja mal vor, ich sage mal, 20 Jahren eine Meniskus-Operation. Ja. Da ist Gott sei Dank nichts zurückgeblieben. Aber ich merke einfach, dass es meinen Knien auch sehr gut tut. Das glaube ich dir. Vor allen Dingen ist es ja auch wichtig, dass man die Gelenke schont. Die Knie, der ganze Körper muss ja nicht immer bis an die Energiereserven herangeführt werden. Sondern Sie können hier wirklich ganz entspannt auf dem Laufband sich bewegen. Und ich persönlich kenne kein Laufband, was noch eine Rollenbandmassage mit integriert hat. Und zusätzlich auch noch Sit-Up-Übungen, kenne ich keins. Und Gewichte. Also was will man eigentlich mehr? Sie werden es lieben, wenn Sie es zu Hause haben. Und das steht da nicht einfach in der Ecke rum. Weil man wird es auch benutzen. Das wird Ihr neuer Freund, Ihr persönlicher, ich sag mal, wie sagt man heute? Personal Trainer. Ja, genau. Heute ist ja alles Englisch, Deutsch wird nicht mehr geredet. Ja. Also der personelle Trainer, Ihr eigener Trainer, den haben Sie immer dabei, meine Damen und Herren. Und Sie können so machen, was Sie wollen. Wenn Sie sagen, ich will jetzt einfach nur Massagen haben am Po beispielsweise, dann geht das natürlich auch. Stehe ich jetzt? Oh, ich stehe jetzt. Ja, du stehst. Du hast dein Workout quasi schon beendet. Sehr schön. Will ich aber nicht. Ja, nochmal. Ja, nochmal, nochmal. Unsere Telefonnummer nenne ich noch einmal. Das ist die 0181 51 51 und dreimal die 2. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Spaß beim Bestellen, viel Spaß beim Sport. Ja. Und bleiben Sie dabei. Super. Bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen. Das ist die 0181 52. Ich wünsche Ihnen. Das ist die 0192 52. Ich wünsche Ihnen. Meine Frau, ich wünsche Ihnen. Vielen Dank.